Übungsaufgaben Wir bestimmen zunächst mit dem Gausschen Algorithmus den Schnittpunkt der Ebenen. Dann wandeln wir die Koordinatengleichung der Ebene E1 in eine Parametergleichung um und ersetzen die Komponenten des Laufvektors x, y und z mit Lambda und µ. Diese Werte setzen wir zunächst in die Ebene E2 ein und erhalten einen µ-Wert. Den gefundenen Wert von µ setzen wir in die Parametergleichung von E1 ein und erhalten damit die Gerade g. Dann setzen wir die Parameter in die Ebene E3 ein, dann kriegen wir einen Lambda-Wert. Den Lambda-Wert setzen wir dann wieder zurück in die Parametergleichung ein und erhalten die Schnittgrade f. Wenn ihr mögt, versucht doch mal die Aufgabe selbst zu lösen. Dazu stoppt das Video jetzt. Zunächst berechnen wir den Schnittpunkt der Ebenen mit dem Gausschen Algorithmus. Die Faktoren für x kommen in die erste Spalte, die Faktoren für y in die zweite, für z in die dritte und die Zahlen in die vierte. Schauen wir uns erstmal an, wie wir hier auf diese Zahlen kommen. Zunächst brauchen wir hier eine 0. Gegenzahl von 6 ist minus 6 und 3. Dann brauchen wir hier die 0. Gegenzahl von 8 ist minus 8 und 3. Und dieses Element muss auch zu 0 werden. Die Gegenzahl von minus 23 ist 23 und minus 6. Im nächsten Schritt vereinfachen wir. Wir können hier durch 3 teilen. Dann haben wir minus 2, 1. Hier lassen wir alles so und hier auch. Wie man das jetzt hier ausmultipliziert und addiert, hatte ich ja schon mehrfach in den Videos erklärt. Ich möchte euch noch zeigen, wie man auf diese Zahlen hier kommt. 204 mal z gleich 168. Wenn wir durch 204 teilen, halten wir z mit diesem Wert. y können wir hier auch einfach ausrechnen. Wir haben ja minus 6y gleich 6. Wir dividieren durch minus 6 und erhalten y minus 1. Hier habe ich euch nochmal aufgeschrieben, wie ich auf x komme. 3x plus 4y. Für y setzen wir minus 1 ein. Plus 5 mal für z setzen wir diesen Wert ein. Gleich 4. Wir bringen diesen Ausdruck auf die rechte Seite und teilen durch 3 und erhalten dann x mit diesem Wert. Wir wollen jetzt die Koordinatengleichung in die Parametergleichung überführen. Dazu brauchen wir drei Punkte von dieser Ebene E1. Schauen wir uns mal den ersten Punkt an. 3 mal 0 plus 4 mal 1 plus 5 mal 0 ist 4. Also haben wir 0, 1, 0. Ein Punkt der Ebene. Für den nächsten Punkt habe ich x auf 1 gesetzt. Dann habe ich hier 3 plus 4 mal 0 plus, jetzt brauche ich hier 1 noch, 5 mal 0,2 ist 1 und damit habe ich auch 4. Und den letzten Punkt, da habe ich x auf 0 gesetzt, plus 4 mal minus 0,25, das ist minus 1, plus 5 mal 1 ergibt 4. Damit habe ich drei Punkte der Ebene gefunden. Der Stützvektor ist a, der eine Richtungsvektor ist b minus a und der andere c minus a. Also wir haben x gleich a plus Lambda mal b minus a plus µ mal c minus a. Jetzt setze ich für a die Komponenten 0, 1, 0 ein, für b 1, 0, 0, 2 und für c 0, minus 0, 25, 1. Das fasse ich zu einem Vektor zusammen und hier auch und dann erhalte ich diese Parametergleichung. Der Laufvektor x hat die Komponenten x, y, z. x ist 0 plus Lambda plus 0 µ ist Lambda. y ist 1 minus Lambda minus 1,25 µ. z ist 0 plus 0,2 Lambda plus 1 µ. Jetzt ersetze ich in der Ebene e2 x mit Lambda, y mit 1 minus Lambda minus 1,25 µ und z mit 0,2 Lambda plus µ. Dann multipliziere ich die Klammern aus und fasse die Lambda und µ-Werte auf dieser Seite zusammen und die Zahlen auf dieser Seite zusammen. Damit ergibt sich µ mit minus 0,8 Lambda plus 1,6. Diesen µ-Wert setze ich jetzt in meine Parametergleichung an dieser Stelle wieder ein. Dann habe ich diesen Ausdruck. Jetzt multipliziere ich diesen Vektor mit minus 0,8 Lambda und anschließend mit 1,6 und erhalte diesen Ausdruck. Jetzt kann ich die Lambda-Werte zusammenfassen und diese beiden Vektoren auch und damit habe ich die Schnittgrade g. Um die Schnittgrade f zu bekommen, das ist ja, wenn e1 e3 schneidet, setze ich die Lambda- und µ-Werte für x, y und z in die Ebene e3 ein. Dann halte ich diese Gleichung, multipliziere die Klammern aus, fasse die Lambda- und µ-Werte zusammen und die Zahlen auf die andere Seite und erhalte eine Gleichung für Lambda mit 0,324 µ plus 1,111. Diesen Lambda-Wert setze ich in die Parametergleichung von e1 ein. Jetzt multipliziere ich diesen Vektor einmal mit 0,324 µ und anschließend mit 1,111. Dann erhalte ich diesen Ausdruck. Da fasse ich diese beiden Vektoren zu einem Vektor zusammen und den µ-Vektor auch. Und damit erhalte ich die Gerade f. Schauen wir uns das als Bild an. Wir haben hier die x-Achse, die y-Achse und die z-Achse. Dann die Ebenen e1, e2 und e3. Die Ebenen schneiden sich in diesem Punkt S. G war ja der Schnitt von e1 und e2. Und f, diese Schnittgerade, war der Schnitt zwischen e1 und e3. Super, wenn ihr die Aufgabe selbst lösen konntet. Wir schauen uns die 3D-Animation an. Wir haben hier die x-Achse, die y-Achse und die z-Achse. Hier die Gerade g und die Gerade f. Zusätzlich seht ihr hier noch die Vektoren. Die Gerade g hat hier ihren Stützvektor, den Richtungsvektor, den Laufvektor. Und die Gerade f hat hier den Stützvektor, den Richtungsvektor und den Laufvektor. Ich lasse jetzt die Lambda-Werte von der Geraden g zwischen minus 5 und 5 laufen. Dann die µ-Werte von der Geraden f auch zwischen minus 5 und 5 laufen. Dann lasse ich die ganze Anordnung noch um die Z-Achse drehen. Ich denke, da hat man eine sehr gute räumliche Vorstellung, was man ausgerechnet hat. Berechne den Schnittpunkt S, der Schnittgeraden g und f. Den Punkt S, der Schnittgeraden, haben wir bereits mit dem Gautschen Algorithmus berechnet. Spannend ist es jetzt, mal herauszufinden, ob man zum gleichen Ergebnis kommt, wenn man g und f zum Schnittpunkt bringt. Wenn ihr möchtet, stoppt das Video, um die Aufgabe selbst zu lösen. Wir setzen diese beiden Geraden gleich. Dann erhalten wir diese Vektorgleichung. Dann bringen wir den µ-Vektor auf die linke Seite und diesen Vektor auf die rechte Seite. Diesen Differenzvektor fassen wir zu einem Vektor zusammen. Wir unterhalten dieses Gleichungssystem. 1,574 µ gleich 0,889. Wir dividieren durch den Faktor von µ und erhalten für µ diesen Wert. Jetzt haben wir hier zwei Gleichungen. Nur in dieser geraden Gleichung kommt µ vor. Die verwenden wir, um den Schnittpunkt zu berechnen, indem wir diesen gefundenen µ-Wert einsetzen. Dann erhalten wir diesen Ausdruck. Wir multiplizieren den Faktor mit diesem Vektor. Und wir erhalten jetzt den Vektor, der vom Koordinatenursprung zu dem Schnittpunkt der beiden Graben führt, mit diesem Vektor. Und damit haben wir auch den Schnittpunkt. Die Geraden g und f schneiden sich im Punkt S. 1,294 µ minus 1 0,8234. Jetzt könnte man diesen Aufwand reduzieren, indem man diese Gleichung hier nimmt. Und da kriegt man µ direkt raus. Ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. –1,574 µ ist –1 plus 0,111. Wir fassen hier zusammen, dividieren durch den Faktor von µ und haben dieses Ergebnis ohne diesen Aufwand. Also wir können im Grunde genommen diesen Teil jetzt ausblenden. Zur Berechnung der Schnittgrade H der Ebenen E2 und E3, das ist diese Gerade H, E2 und E3 geschnitten, wird die Koordinatengleichung der Ebene E2 in die Parametergleichung umgewandelt. Anschließend werden x, y, z-Komponenten des Laufvektors der Ebene E2 mit Parametern ausgedrückt und in die Ebene E3 eingesetzt, wobei sich einer der Parameter mit dem anderen ausdrücken lässt. Dieser Parameter in die Parametergleichung von E2 eingesetzt, ergibt die Schnittgrade H. ... – Vielen Dank.